Jetzt ist es natürlich schwer, ganz schwer für die nächste Gruppe, da nachzukommen. Allerdings muss man sagen, die haben gestern sofort gesagt, einen Michael Jackson in der Frau Gruppen haben. Das ist auch nicht so. Das wäre eine große Aufgabe. Und zwar kommen wir jetzt zu fünf Deutschen, zu fünf Münchnern, die den Deutschrock spielen seit 1977. Mit diesem Hit aus dem Jahre 1981, den wir jetzt hören werden, waren sie 16 Wochen in Österreich auf Platz 1 und 36 Wochen in Deutschland. Sie spielen heute noch 80 bis 100 Konzerte im Jahr. Wir hören jetzt ihren Hit, Skandal im Sperrbezirk. Von der Spider-American. In München steht ein Operhaus, doch Freudenhaus müssen raus. Fang mit in dieser schönen Stadt, das macht da keine Schaumel ab. Doch jeder ist nur informiert, weil Rose trägt in sein Gehirn. Und wenn dich deine Frau nicht biegt, wie du, dann ist die Rose hier. Und klauschen vor der Rose da, stell dir gut herzig die Füße dran. Skandal im Sperrbezirk, 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 Skandal im Rosi. Ja, Rosi hat ein Telefon ab Ich hab ihre Nummer schon unterbrochen 30, 68, es kommt nur für die ganze Nacht Und draußen im Hotel am Ur Langweilen sieht die Damen nur Weil jeder, der die Sehntes will Ganz einfach, Rosi nur mal mit Und draußen, wo der große Start Stehen wir nun, wenn sie die Füße packt Skandal, im Sperrwitz ist Skandal Skandal, im Sperrwitz ist Skandal Skandal, um Mori Ja, Rosi hat ein Telefon ab Ich hab ihre Nummer schon unterbrochen 32, 16, 8, herrscht Konjunktur die ganze Nacht Und draußen im Hotel am Ur Langweilen sieht die Damen nur Weil jeder, der die Sehntes will Ganz einfach, Rosi nur mal mit Und draußen, wo der große Start Stehen wir nun, wenn sie die Füße packt Skandal, im Sperrwitz ist Skandal Skandal, im Sperrwitz ist Skandal Das ist feiner Märchengang So, ich darf mir nun vorstellen Was vorher noch dazu sagen wollte Die, die Sie heute gesehen haben Sind aus der Gemeinde St. Margareten Also aus der Großgemeinde Aus jeder Region, aus jeder Ecke Ist da irgendwer, mit Ausnahme dieser Gruppe Das sind unsere Freunde aus Studenzen Bürgermeister von Studenzen Von Jan Walter Bechter Von der Ecke Von Dippa, Ewan Veit Von der Zweifel, der Arie Franz Friedl Kennen Sie übrigens Eis am Stiedl? Wir sind jetzt schon nicht nur ganz jung wie da So, am Startzeug Karl Fritz Und am Pass und Gesandt Franz Kornstein Dankeschön Schmerz Ich bin schon mal Schmerz Ich bin schon mal